In Zusammenarbeit mit Liebe in Aktion und der Full Gospel Mission sowie der Sach- und Geldspenden, die wir 2011 nach Kamerun verschiffen konnten, wurde unsere Vision Hilfe zur Selbsthilfe ein voller Erfolg. In der Hauptstadt Jaunde im Spital Bethesda durften wir unsere Optikabteilung mit fünf Angestellten und einem Augenarzt eröffnen. Die grösste Aufgabe bestand darin, unsere Mitarbeiter auszubilden. Den Fokus der Ausbildung legten wir auf die Handwerksarbeiten und die Augenglasbestimmung. Durch die Einnahmen vor Ort ist es uns möglich, unsere Mitarbeiter zu bezahlen und Einsätze an entlegenen Orten zu organisieren. Die Einsätze in Dörfen und Schulen werden inzwischen komplett von Kamerunern durchgeführt. Unser Ziel ist es, einen Augenarzt vollständig auszurüsten, damit schwerwiegende Fälle operiert werden können. Auch möchten wir weitere Optikabteilungen aufbauen und vermehrt soziale Einsätze organisieren, um auch die ärmsten Regionen Kameruns zu erreichen. Helfen Sie uns, damit wir anderen helfen können. Neues wagen, Träume leben, Wunder sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017